Wer als erster sein Slushy ausgetrunken hat, ist aus dem Schneider. Auf die Plätze, fertig, los! Ja! Kupferreisung! Wieso haben Sie vor, meinen Mann zu entlassen? Also, Mrs. Peel, wir können kein Problem. Ja! Ja! Tobi, lass das! Es ist so kalt! Mrs. Peel, auch wenn Dr. Turk zur Zeit außer Gefecht gesetzt ist von einem eiskalten Kirschgetränk, ist er trotz allem ein sehr guter Chirurg. Mhm. Gefunden hat er allerdings nichts und ich bin eine sehr gute Ärztin. Und hab auch nichts gefunden.